Und da sind wir auch schon. Mensch, da ist der AFK, der gute alte Hartz IV, meine Damen und Herren. Parley, Masi, Mokorona, Cheered. Danke, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich bin hier, wo seid ihr, meine Damen und Herren? Jetzt würden wir euch erstmal den Server verraten wollen, bevor wir nämlich hier irgendwie auf die Jungs und Mädels warten, die jetzt hoffentlich fleißig hier joinen werden, meine Damen und Herren. Ich befinde mich gerade in dieser Sekunde auf dem Server Frostwolf. Für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, Frostwolf, ich werde das hier mal ganz kurz in die Hinschicht nehmen. Ja, ich mache das auch. Äh, Server... Frostwolf. Kommt vorbei, meine Damen und Herren. Kommt vorbei und lasst uns treffen. So. Das erinnert mich einfach so sehr an die Zeiten, an denen ich halt noch... Okay, die ersten Wispas kommen jetzt schon hier. Okay, sie haben mich schon... Sie haben mich gespottet. Shit. Sind wir auf den Fersen. Ich kann mich einfach hinter diesem Baum verstecken. Anni-Trock, cheered, danke mein Lieber. So, ich bin hier, Jungs. Server heißt Frostwolf. Äh, Hexenmeister heißt Hartz IV. Ähm, kommt vorbei. Chris, 385. I, cheered. Cheered mal, danke mein Lieber. Oh, da kommen sie. Jetzt, oh krass. Oh krass. Die kommt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie das aussieht, Dekar. Ist ja unfassbar. Einfach. Oder... Hi. Ihr seid die geilsten Typen weiter. Lunitz, haucht euch einen Kuss so. No homo, mein Lieber. Denkt dran, meine Frau ist hier in der Nähe. Haki Paris lädt euch in eine Gruppe ein. Na, würde ich jetzt erst mal noch ablehnen. No offense. Jawohl, jawohl, Leute, los. Kommt mal her hier, Alter. Geil, dass ihr auch einfach alle so aussieht wie ich. Okay, ein paar Schopen haben wir dabei. Ein Tauber. Briggs lädt euch in eine Gruppe ein. Danke, Briggs. Wollen wir erst mal ablehnen. Dann kommen schon die ersten immoralischen Angebote. Ich bin wie du und du wie ich. Das ist gerade nämlich ein Server-Trans kostenlos angeboten. Hm. Ich wünsche dir viel Spaß auf Twitch. Die Community hier auf Twitch ist mega. Ja, ey. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Boah, Jungs, Alter. 50 Millionen Co-Einladen, Alter. Was ist denn los, richtig? Ich bin Waze. Ich mache jetzt einfach mal kollektiv auf Ablegen, Freunde. So. Boah, raus hier aus der Gruppe, Alter. Junge, was ist denn los hier, Alter? Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Hand voll wie wir. Boah, ich feiere euch, Alter. Geil. Na? Okay. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Hand voll wie wir. Okay, einer will mit mir handeln. Was willst du mir denn geben, mein Lieber? Chicken Gang. Was hast du denn im Angebot? Ich habe leider gar nichts. Das ist nämlich hier mein... Ich habe hier einen Ruhestein. Das ist aber leider sehr gewungen, meine Damen und Herren. Deswegen ist das noch nichts. Ich muss euch auch sagen, ich habe mir jetzt hier gerade erst mal so ganz, ganz, ganz plump habe ich mir hier einen Level-1-Skart da erstellt. Einfach nur aus der Tatsache heraus, dass ich aufgrund des nicht völlig perfekten laufenden Streams sozusagen oder Setups mir einen Raiden oder eine, oder die Indies noch nicht. Elektro Netto. Ja, der ist geil, danke. Einfach hier, danke. Elektro Netto ist ja geil. Feierlich, Alter. Das ist ein sehr cooler Name. Ich habe früher mal einen Fehler gemacht, meine Damen und Herren. Wir können ja mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal einen Charakter gehabt, den habe ich Bushido genannt. Richtig nice. Da waren wir aber noch nicht bewusst, dass Bushido irgendwann mal ein bisschen mangler wird. Boah, krass, Alter, was denn los? Geil, los, kommt alle da ran hier, Leute. Ich wollte euch eigentlich auch irgendwie mal mit in eine Stadt nehmen. Eigentlich wollte ich mich in Orko mal mit euch treffen. Dann habe ich mir einen untoten Charakter erstellt. Dann habe ich gehört, das funktioniert alles gar nicht. Ja, das ist natürlich wieder Epic Fail hier am Start. Also, wenn ihr schon mit mir handeln wollt, dann lasst es doch nicht so ein bisschen Gold rüberwachsen. Akkuliten-Probe. Ja, okay, nehme ich an. Alles klar. Oh, 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 oh. Lass mich rüberwachsen. Ich würde mich jetzt einfach mal kurz eingreifen. So, geil. Hey, habe ich schon bekommen. Alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, nice. Arz 4. Ich bin ein bisschen weiter. So, ansonsten... Boah, was ist das hier, Alter? Ich habe einen Regenbogen in der Tabacke, Alter, nice. Direkt raus zum CSD, Alter, perfekt. Prost. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Hand voll wie wir. Grüße an Konstantin. Ja, ey, nice, Leute. Vielen, vielen Dank. Das Problem ist, was machen wir jetzt? Jetzt können wir eigentlich nicht so viel machen. Ich wollte ja auch einfach mal diesen historischen Moment mit euch gemeinsam hier verbringen und einfach mal in Warcraft eintauchen. Ich muss euch an dieser Stelle auch sagen, also der Hexenmeister ist jetzt auch nicht mein Main. Ich weiß auch nicht, wie die Leute darauf gekommen sind, dass ich sozusagen Hexenmeister spiele. Gegen dieses Vortail mische ich mich vehement wehren, bitte. Es ist tatsächlich so, dass ich den Hexenmeister nicht als meine favorisierte Klasse habe. Irgendwann habe ich vielleicht mal, glaube ich, reingeflösen, sozusagen die erstmal weggebannt, Alter, 17 Erfahrungsbrücke dafür bekommen. So läuft das. Wo vasieren wir hier? Ähm, das ist natürlich nicht mein Main. Meine Main-Klasse. Ähm. Oh. Da hat jemand 100 Euro donated. Unfassbar. Habe ich übersehen. Wow. Krass. Unfassbar, Leute. Ihr seid echt verrückt. Vielen Dank an dieser Stelle. War keine Absicht. Hyptogen SZ. Danke, 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 danke. Wenn ich den einen oder anderen irgendwie verpeile, dann ist das natürlich der Tatsache geschulde, dass ich gerade auch hier irgendwie so viele Leute um mich herum habe. Es ist natürlich ein kleines Problem. Wir können jetzt momentan nicht so viel machen. Ja. Oh, Mensch, Alter. Neophyten-Stiefel, Alter. Es ist gut, Leute. Ich bin kein Problem. Alles gut. Alles gut. Oh, hier ist es. Gut, hier habe ich mit dem Rainbow hier getaggt. Ich kann euch nicht mehr entkommen, Leute, Alter. Ich fühle mich ein bisschen wie damals. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen unternutig. Nein. Jedenfalls dachte ich, ich gönne uns mal so diesen epischen Moment und zeige uns, wie wir bei Warcraft. An dieser Karte. Jetzt gehen wir mal, versuchen wir mal ganz kurz auf den Chat auszureichen. Denn gerade, glaube ich, ist der Fokus liegt hier gerade ziemlich stark auf dem Warcraft-System. Ich möchte natürlich mit dem Chat hier auch nicht... Bushido, bist du staunt oder so? Nein, Blades. Ich bin nicht staunt. Ich nehme keinen Ruhm zu. Ja, ich denke nicht. Ich haufe mich. Und man kann es mir ansprechen. Nur Soundprobleme hier. Spielt zu laut, spürt zu leise. Ja, ey. Sorry, Jungs. Also, ich kann probieren, hier nochmal ein bisschen was runterzudrehen am Sound. Aber ansonsten möchte ich auf jeden Fall alle Unannehmlichkeiten hier entschuldigen. Wir sind noch nicht zu 100% so, wie wir sein wollen. Wir arbeiten dran. Ja, haben wir notiert. Und ansonsten, sorry. Was ich euch so schon mal verraten kann. Ich bin definitiv mit meinem Main auch hier auf Frostwolf. Ja, also soweit habt ihr schon mal die Gewissheit... Boah, Alter, wie hat's denn das hier für eine Regenbogen? Hier, Alter. Leute, lasst doch mal den H2E hier mal was zu holen. Ihr Server wird Frostwolf bleiben. Was hat dein 120er für ein Item-Level? Ich glaube, ich bin bei 334, kann das sein? Ja. Und werde auf diesem Server auch bleiben. Also, alle Leute, die mir hier gerade Server-Trans anbieten, danke, danke, danke. Ich werde auf Frostwolf bleiben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne joinen. Leute, die mich fragen, welchen Main ich spiele, das werde ich wahrscheinlich morgen auf der Gamescom verraten. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr morgen meinen Stream joinen. Ja, seid dabei, wenn ich live hier auf der Gamescom, dort werde ich dann mit meinem Main sozusagen online gehen und dort ein bisschen Warcraft zum Besten geben. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Wird ihr hier im Stream irgendwas verfolgen. Ähm, Hexenmeister ist auch nicht mein Main. Hexenmeister ist eigentlich auch überhaupt nicht so einer meiner favorisierten Klassen. Das geht alles ein bisschen in eine andere Richtung. Gehen wir mal nochmal hier kurz zum Chat. Was hältst du von Fortnite? Ja, Fortnite habe ich noch nie gezockt, Alter. Habe ich noch nie gespielt, werde ich mal ausprobieren. Ähm, gehen wir mal auf Interface Kontakt, Handel blockieren. Ja, Butterkeks, das ist eine gute Idee gewesen. Ich dachte eigentlich, dass die Leute mir Gold, mir Gold geben. Deswegen habe ich sie doch noch ganz kurz angelassen. Weil ich hatte so die Hoffnung gehabt, so vielleicht gibt es hier irgendwie plötzlich jemanden, der mir eine Million Gold spendet. Es ist noch nicht mal einer auf die Idee gekommen, mir einen Bronze-Taler zu spenden. Ja, Leute, wirklich. Also ein Bronze-Stück hier, oder guck, nee, Kupfer ist das nicht Bronze. Ein Kupfer-Stück hättet ihr mir auch echt überwachsen lassen können, Alter. Aber ist cool, ist kein Problem. Ist alles wie du und du bist. Boah, zwei Kupfer-Stücke. Jawohl, hier, Handel angenommen. Asura, Dankeschön, mein Lieber. Das auf jeden Fall die Firma investiert. Nice, Dankeschön. Ja, Leute, wie gesagt, morgen auf der Gamescom werde ich dann auch meine Main-Klasse verraten, die ich jetzt seit, ich sei Lich-King. Ja, ich habe bis Lich-King habe ich noch eine andere Klasse gespielt. Mit Lich-King habe ich dann die Klasse gewählt. 100 Gold-Stücke. Mann, nein, es war doch nur Spaß. Ihr müsst mir doch jetzt hier kein Gold geben. Alles cool, easy. Dankeschön, Dankeschön, alles cool. War nur ein Scherz. Ihr seid nicht hier, um mir Gold zu leben, sondern ihr seid fänglich mit dir, damit wir zusammen ein bisschen Spaß haben können. Ansonsten werde ich dir morgen auf der Gamescom erfahren, welche Main-Klasse ich spiele. Ansonsten, hier, was machen wir denn noch? Boah, Lich-King war als Krieger. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Hand von wie wir. Momentan nicht mehr zu äußern. Muschi, du bist eine lebende Legende. Ich hoffe, deiner Familie geht's gut. Wir haben mit deiner Musik aufgewachsen. Ja, ey, meiner Familie geht's gut. Ich kann dich klar. Vielen, vielen Dank. Meine Tochter wird am Samstag eingeschult. Ich bin unfassbar aufgeregt. Alter, es ist schon wieder so lange her. Alia kommt am Samstag in die Schule. Ab Montag ist ihr erster Schultag. Oh mein Gott. Meine Frau und ich haben ihr vor ein paar Tagen ihren Schulranzen gekauft und ihre Schultüte. Oh mein Gott, ich hatte richtig Tränen in den Augen gehabt. Unfassbar. Du weißt doch, wie sie bei meiner Frau auf dem Bauch lag, als sie krank ausgeboren wurde. Und jetzt kriegen wir sie zur Schule. Unfassbar, Alter, feier ich. Und ansonsten, was machen wir hier? Mach die Musik aus. Das stört. Soll ich einfach mal die komplette Musik ausmachen? Musik eingeschaltet. Ausgestattet. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Handvoll wie wir. Zum Legende. Ein Twitch-Streamer. Feier dich. Ja, dankeschön. Brauchst du einen Grafikdesigner? Komm aus Berlin und mache Stream-Branding-Designs. Ja, da könnt ihr euch gerne an meine Moderatoren wenden, meine Damen und Herren. Danke, Rob der Baumeister, fürs Cheeren. Ihr könnt euch mit allen Vorschlägen gerne an die Moderatoren wenden. Und wir sind für allen Input dankbar. Grafisch oder auch irgendwie inhaltlich. Könnt ihr euch gerne austoben. Boah, was ist hier los, Alter? Ist Submod drinne? Nein, Submod ist nicht drinne. Weil wir uns einfach gedacht haben, das ist ein offener Chat. Natürlich konnte ich mir vorstellen, dass aufgrund meines Bekanntheitsgrades der Chat wahrscheinlich ein bisschen explodieren wird. Wir wollen aber hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie eine Zweck-Klassen-Gesellschaft aufbauen wollen. Wir sind alle herzlich eingeladen, auch die Leute, die nicht subben. Aber die Leute, die gesubbt haben, werden natürlich auch in Zukunft Tage und auch Abschnitte haben, an denen wir natürlich nur einen Sub-Only-Chat machen, wo wir uns ein bisschen unter uns ein paar Sachen ausdenken. Und wir haben auch einige Giveaways geplant. Wir werden hier geile Aktionen starten. Wir werden die Capital Bra Tour, die ja restlos ausverkauft ist, dazu nutzen, um den einen oder anderen Kollegen hier aus dem Channel dort noch unterzubringen. Wir werden Meet & Greets verlosen. Wir werden Twitch-Treffen organisieren. Görges cheert, vielen Dank, mein Lieber. Wir werden für die Leute, die sozusagen hier engagiert, ihre Kraft an den Tag lehnen, werden wir uns treffen, ausdenken. Und ein bisschen wie damals im Forum. Wir hatten damals im Forum ja auch die Forentreffen gehabt. Die wurden dann organisiert und wir haben uns dann Backstage auf Tour getroffen. Dasselbe habe ich jetzt auch wieder vor, nur wenn wir das wie so mit der Twitch-Community machen. Ich freue mich drauf. Ja, eben, weil wenn man sich kein Sub leisten kann, ist es blöd. Ja, genauso sehe ich das auch. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen zu subben. Ich freue mich über jeden Sub, feiere ich natürlich. Aber die Leute, die nicht subben können aus irgendwelchen Gründen, die wollen wir natürlich auch nicht ausschließen, meine Damen und Herren. Ansonsten möchte ich auch hier nicht den Eindruck erwecken, als hättet ihr irgendwie Zugzwang. Also alles, was ihr hier machen wollt, ist euch natürlich überlassen. Und ich liebe das oder feiere das natürlich, dass jetzt auch Windex1455 gecheert hat. Aber fühlt euch hier nicht unter Druck gesetzt. Wir wollen hier eine lockere und soziale Community aufbauen. Und das sollte unser... Oh, 1337 Gold. Ich rede hier über ehrenlose, also über selbstlose Dinge. Bei ehrenlosen Dingen, über selbstlose Dinge. Und dann spendet mir der Kollege hier 1337 Goldstücke. Die nehme ich doch mal mit, würde ich mal sagen. Einfach so, oder? Danke, mein Lieber. Dankeschön fürs Gold. Ist auch nicht nötig. So, was haben wir denn hier? Zock doch endlich und laber doch nicht so viel, Mann. Ja, Kollege, hättest du mir ein bisschen zugehört? Hättest du mitbekommen, dass ich jetzt aktuell nicht hier bin, um irgendwelche Quests und sowas zu erfüllen? Irgendwann in Ruhe werde ich vielleicht auch nochmal irgendwie ein Nummer Level 1 Charakter hochleveln mit euch zusammen. Scheiße, jetzt habe ich eine Gruppe zugestimmt. Sorry. Auf Seiten, was ist das hier? Seiten, Seitenhabo. Sorry, ich wollte eigentlich nicht mit dir in die Gruppe. Irgendwann werde ich vielleicht nochmal einen Level 1 Charakter hochziehen. Aber jetzt, momentan, geht es wirklich nur darum, dass die Leute einfach mal wissen, dass dieser Hartz-IV-Typ hier, der einen, dass dieser Hartz-IV-Typ hier gerade, Bushido ist, der hier rumrennt. Das ist eigentlich so die Intention dahinter gewesen, Leute. Es geht jetzt nicht darum, hier irgendwelche Erfolge, irgendwelche Dinge hier zu meistern, sondern ich wollte mich nur einfach mal zeigen. Ich bin online hier mit einem Hexemeister. Oh mein Gott. So, zockt bitte mit Monte Fortnight. Ja, werde ich gerne machen, auf jeden Fall. Werde ich morgen mit Monte alles bequatschen. Oder ich will Rapper werden, aber schäbe mich ein wenig am Anfang. Ist das verständlich? Ja, natürlich ist das verständlich. Aber schäbe dich nicht mein Lieber. Zeig mal deine Cars, Chars. Nee, zeige ich natürlich erst mal nicht. Morgen auf der Gamescom, meine Damen und Herren. Werden Rucksäcke verlost? Nein. Rucksäcke werden hier definitiv nicht verlost. Denn, ähm, was machen wir hier nicht, meine Damen und Herren. Und Herren natürlich. Bewertest du auch Musik von Rappern? Ja, ich versuche es. Machst du den Bad wieder wie in der Classic-Zeit? Nee, 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 nee. Ich musste mit meiner Frau jetzt hier einen Kompromiss finden. Die hat mir sonst angedroht, dass sie nachts einfach mit dem Rasierer durch mein Gesicht fuschelt und mir den Bad komplett abschneidet. Das hier ist so zu sagen, ja, kommt auch nichts. So, was haben wir hier noch? Wie kam der Kontakt zu Monte? Also, ganz ehrlich, Monte hat sich bei mir gemeldet. Ich hatte, als ich mir schon vor einigen Wochen, Monaten ausgedacht habe, es blühen zu wollen, Ganja, Ganja Alf 420, cheert, danke. Hatte ich, äh, hatte ich mir gedacht, ähm, ihn mal zu kontaktieren und wirklich, wie der Zufall es wollte, hat mir Monte auf Instagram geschrieben und hat mich gefragt, wo man vom Watcher bis zu Skyline bekommt, weil, äh, diese CD hätte er gerne in seiner Sammlung und, äh, ich dachte, er wurde von irgendjemandem geschickt. Nein, es war wirklich Zufall. So haben wir uns, so haben wir uns kennengelernt. Mittlerweile haben wir eine Rucksack-WhatsApp-Gruppe, meine Damen und Herren. Äh, ist auch kein Scherz, kann ich euch mal kurz hier zeigen. Wo haben wir sie denn? Äh, die Rucksack-Gruppe. Original. Okay, die zeige ich jetzt nicht, weil sonst sie in mir war, so einige Telefonnummern, das möchte ich den Jungs nicht antun. Und, äh, seitdem sind wir echt in einem guten Kontakt und, äh, sind morgen verabredet und wollen einige Sachen auch zusammen machen, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten, äh, könnt ihr auch gerne vielleicht euren Lieblings-Streamern auch Bescheid geben. Also, ich bin jetzt das erste Mal und seit heute hier, ähm, bei Twitch aktiv und auch gerade live. Aber, wenn ihr irgendwie Bock habt, dass ich mich vielleicht mal mit irgendjemandem, der viel erfahrener ist, hier in dieser, äh, Twitch-Community, wenn ich mich mal mit irgendjemandem connecten soll, dann könnt ihr natürlich auch da gerne die Kontakte herstellen. Könnt ihr euren Twitchern, äh, oder euren Streamern Bescheid geben. Dass sie sich vielleicht bei mir melden sollen. Ich würde mich freuen, ich brauche hier Support, weil ich sozusagen aus dem Rap-Genre komme und, äh, ich bin hier sozusagen auf Neuland. Das heißt, ähm, habt ihr irgendwie Bock, irgendwie was machen zu wollen oder wenn ich irgendwie was machen soll, dann seid bitte, guckt mir den Gefallen und seid aktiv. Macht mir Vorschläge, ich versuche, dem nachzukommen. Was haben wir denn hier noch? Was ist das hier? Ich weiß nicht, schon wieder Spiel mit Apo, Red, Fortnite. Ja, wenn das passieren soll, dann, äh, sorgt dafür, okay? Problem, kann man gerne machen. Stream mit Kollegah und Mois. Auch das ist keine, es ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Also, kann man gerne mal machen, Jungs. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich nicht so schnell klappen wird, aber von meiner Seite aus kann man das gerne machen. Ich will euch an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung machen. Kurze Pause. ich muss nämlich ganz kurz mal auf die Toilette die Red Bull Cola hier. Darf man das sagen? Nee. Die drückt nämlich ein bisschen so auf die Blase, ansonsten würde ich jetzt einfach mal ganz kurz Werbung anspielen, meine Damen und Herren. Und... Und...